Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, der Kosmos deutet darauf hin, dass dein Tagesablauf eine neue Aufgabe bekommen könnte. Diese Veränderung kann in Form einer Arbeit erfolgen, die dir ein zusätzliches Einkommen verschafft, oder sie kann ehrenamtlicher Natur sein. Wie auch immer, rechne damit, dass sich deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten in irgendeiner Form verändern werden, und diese Veränderung wird sich wahrscheinlich positiv auswirken. Außerdem kannst du durch diese Veränderung Menschen kennenlernen, mit denen du dich gut verstehst, sodass eure Interaktionen angenehmer und harmonischer werden. Die Zeit der langen Isolation und sozialen Distanzierung hat vielleicht deinen angeborenen Nestbautrieb geweckt oder neu entfacht. Es ist wichtig, dass du dieses Gefühl beachtest und Schritte unternimmst, um dein Zuhause zu einem komfortablen und nähernden Ort zu machen. Im Idealfall verfügst du bereits über die notwendigen Elemente, um ein gesundes Abendessen zu Hause zuzubereiten. Erwäge, den Abend der Selbstfürsorge zu widmen und dich auf beruhigende, pflegende und erholsame Aktivitäten zu konzentrieren, die sowohl deinem Körper als auch deiner Seele gut tun. In den nächsten Monaten wirst du vielleicht empfänglicher für äußere Einflüsse und Meinungen sein. Deine Gedanken und Überzeugungen könnten von den Menschen in deinem Umfeld abhängen und dazu führen, dass du unterschiedliche Sichtweisen einnimmst, die auf verschiedenen Standpunkten basieren. Es ist wichtig, dass du diese Tendenz im Auge behältst und dich bemühst, deinen inneren Kompass und deine Überzeugungen inmitten der wechselnden äußeren Einflüsse zu bewahren. Du freust dich auf Herausforderungen, und je größer das Hindernis ist, desto entschlossener bist du, es zu überwinden. Heute könntest du auf jemanden in deinem Umfeld treffen, der sich als besonders stur und unnachgiebig erweist und sich deinen üblichen Taktiken widersetzt, einschließlich manipulativer Schuldzuweisungen. In solchen Fällen musst du vielleicht subtilere und differenziertere Strategien anwenden, um dein Ziel zu erreichen. Wenn sich die himmlischen Energien ausrichten, kündigen sie die baldige Ankunft einer tiefgreifenden himmlischen Botschaft in deinem Leben an. Bleibe in den kommenden Tagen auf die subtilen Schwingungen des Universums eingestimmt, denn diese Botschaft kann sich durch Träume, zufällige Begegnungen oder rätselhafte Symbole manifestieren. Nimm diese Gelegenheit als ein kosmisches Puzzle an, ein Rätsel, das darauf wartet, von deiner Einsicht und Weisheit entschlüsselt zu werden. Vertraue auf deine innere Führung, denn sie wird dir als Leuchtfeuer dienen, um die tiefgründige Botschaft zu entschlüsseln, die das Universum zu enthüllen bereit ist. Am Abend wechselt Mars in den Skorpion und markiert damit eine bedeutende Veränderung der planetarischen Energie. Dieser Wechsel verleiht dir mehr Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. Du wirst motiviert sein, deine Projekte und Beziehungen voranzutreiben, und deine Bereitschaft, Aufgaben bis zum Ende durchzuziehen, wird spürbar zunehmen. Achte jedoch auf unerwartete Gefühle von Konkurrenzdenken, die aufkommen könnten. Nutze dein Durchsetzungsvermögen, um äußere Herausforderungen zu meistern und deine Position in deinem Beruf zu behaupten. Mit der richtigen Einstellung und Entschlossenheit kannst du Hindernisse überwinden und den Erfolg einfordern, der dir rechtmäßig zusteht. Nimm diese kosmische Energie als Quelle der Stärke und Widerstandsfähigkeit an, die dich auf deinem Weg zu aufregenden Gelegenheiten und bereichernden Erfahrungen antreibt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Acht der Münzen steht für Fleiß, Handwerkskunst und eine starke Arbeitsmoral. Diese Karte zeigt an, dass du dich heute mit Hingabe und Liebe zum Detail auf deine Aufgaben konzentrieren solltest. Sie steht für eine zeitharte Arbeit und der Entwicklung von Fähigkeiten. Die Acht der Münzen ermutigt dich, dich für deine Ziele einzusetzen und stolz auf deine handwerklichen Fähigkeiten zu sein. Sie erinnert dich daran, dass du durch Hingabe und Ausdauermeister in deinem Beruf werden kannst. Neben der Acht der Münzen haben wir den Herrscher. Diese Karte steht für Autorität, Struktur und Führung. Sie steht für eine Zeit, in der du dein Leben in die Hand nimmst und Struktur und Disziplin anwendest, um deine Ziele zu erreichen. Der Herrscher fordert dich auf, deine Autorität zu behaupten und eine Führungsrolle in deinen Unternehmungen zu übernehmen. Er erinnert dich daran, dass du Erfolg haben kannst, wenn du ein solides Fundament legst und für Ordnung sorgst. Als letztes haben wir den Buben der Kelche. Diese Karte steht für Kreativität, Intuition und einen jugendlichen Umgang mit Gefühlen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Gefühle erkunden kannst und offen für neue Gefühle und Erfahrungen bist. Der Bube der Kelche ermutigt dich, dich auf deine Intuition einzulassen und für die Welt der Gefühle empfänglich zu sein. Es erinnert dich daran, deinen Gefühlen mit einem Gefühl des Staunens und der Neugierde zu begegnen. Zusammen bilden die Acht der Münzen, der Herrscher und der Bube der Kelche eine Kombination aus harter Arbeit, Führung und emotionaler Erkundung. Nimm heute die Energie der Acht der Münzen an, indem du dich deinen Aufgaben widmest und deine Ziele mit Fleiß verfolgst. Sei stolz auf dein handwerkliches Können und strebe nach Meisterschaft in deinen Bemühungen. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Herrschers, indem du deine Autorität durchsetzt und deinem Leben Struktur und Disziplin verleihst. Übernimm die Kontrolle über deinen Weg und lege ein solides Fundament für deine Ziele. Kanaliere die Energie des Buben der Kelche, indem du deine Gefühle mit Neugier und Empfänglichkeit erkundest. Sei offen für neue Gefühle und Erfahrungen und nimm deine Intuition als Quelle der Orientierung wahr. Diese Deutung steht für einen Tag harter Arbeit, Führung und emotionaler Erkundung. Nimm die Energie der Acht der Münzen auf, indem du dich deinen Aufgaben widmest. Nimm die Führung des Herrschers in Anspruch, wenn du dein Leben in die Hand nimmst und Struktur schaffst. Nutze schließlich die Inspiration des Buben der Kelche, um deine Gefühle mit Neugier und Aufgeschlossenheit zu erforschen. Erinnere dich daran, dass du durch Hingabe, Disziplin und das Erforschen von Gefühlen deine Aufgaben meistern und ein Leben schaffen kannst, das mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Zielstrebigkeit, Führungsstärke und emotionaler Tiefe bewältigen. Untertitelung des ZDF, 2020